Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Sina Janel und ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen zu 30 Tage Geld sparen Impulse. Das heutige Video ist ein Teil aus meinem Online-Kurs Deine erste Aktie kaufen. Lerne Umgang mit Geld, Schritt für Schritt sparen, verdienen, renditereich investieren und vieles mehr. Diesen findest du unten in der Videobeschreibung. Vergiss auch nicht hier unten in der Videobeschreibung dieses Dokument hier zu holen. Der hilfreiche Guide für die 30 Tage Geld sparen Impulse unterstützt dich sehr. Trage dich ein und lade dir herunter oder druck es aus. Du kannst hier deine Notizen machen und bist vorbereitet für die 30 Tage Geld sparen Impulse. Wir sind bei Tag 1, unsere 30 Tage Geld sparen Impulse und an diesem Tag tun wir 1 Euro in unser Sparglas. Spare barres Geld mit Cashback-Karten. In einer Studie Kundenbindung durch die Kundenkarte, eine Analyse der Effektivität von Bonusprogrammen, Beispiel von Payback. Diese Studie habe ich gelesen in einem Master-Arbeitsstudiengang, Markt- und Medienforschung fakultiert für Informations- und Kommunikationswissenschaften Technischen Hochschule Köln. Ich verknüpfe dir diese Studie in der Infobox. Es ging um Beziehungsmarketing. Payback zählt bis 250 Partner an in seinem Programm. Die stärksten Marken kennt fast jeder. Das sind DM, Rewe, Edeka, Aral, Vielmann und viele andere. Aber auch die kleinen Produktanbieter oder Dienstleistungsanbieter haben eigene Bonusprogramme und bieten ihren Kunden eine Kundenkarte, eine Sammelkarte oder ähnliches. Ich kaufe z.B. mein Brot bei mehreren Bäckereien und sie haben auch unterschiedliche Sammelkarten und Bonuskarten. Bei einem muss ich mal bestimmten Umsatz kommen, um die Punkte zu bekommen. Bei einem anderen brauche ich nur ein ganzes Brot zu kaufen und wenn ich 10 Brote gekauft habe, bekomme ich dasselbe Brot umsonst. Oder in einem Drogeriemarkt kann ich beim Zahlen mit Sammelnpunkten einfach bezahlen und dadurch Geld sparen. So und hier zusammengefasst und das Wichtigste auf den Punkt gebracht. Und am Ende verrate ich, wie viel im Durchschnitt man sparen kann im Jahr. Frage bei jedem deiner Produktanbieter oder Dienstleistungsanbieter nach einer Kundenkarte, Sammelkarte oder ähnliches. Es hängt immer davon ab, was du meistens konsumierst. Heute geht die Kundenbindung durch Rückerstattung des vollen Preises in Form von Bonuspunkten, Wertscheinen und so weiter. Es gibt für Flugmeilen, für Kleidung, für Möbelkauf, für Benzin, für Kultureventbuchungen, für Lebensmittel, Kundenkarten, die in deine Geldbörse hineinpassen. Vorteil für dich kann durch Sparnis von barem Geld in eine beachtliche Summe erweisen. Und je nach persönlichen Bedarf und Konsum kannst du 90 bis 300 Euro im Jahr bares Geld sparen. Das war Tag 1 und ich freue mich bei Tag 2 dich wieder zu sehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann like es und teile es weiter. Abonniere meinen Kanal, damit du weitere hilfreiche Tipps nicht verpasst. Und ich empfehle dir mein Onlinekurs Deine erste Aktie kaufen. Und hier habe ich ein Vorstellungsvideo vorbereitet. Fällt dir schwer zu sparen und du bist entschlossen dir selbst zu beweisen, dass du es kannst? Nervt dich eventuell von Lohnzahlung zu Lohnzahlung jeden Euro zu zählen? Willst du deine Rentenlücke fühlen? Hast du Probleme, deine Kosten auszurechnen? Willst du wissen, wie viel du in Aktien investieren kannst? Träumst du finanziell frei zu sein und das Leben zu leben, das du dir immer vorgestellt hast? Dann lade dir kostenlos den Guide 30 Tage Geld sparen Impulse herunter. Spare 465 Euro in einem Monat. Dieses zusätzliches Geld kann dir helfen, schneller deine finanzielle Freiheit zu erreichen, unabhängig zu werden und anfangen zu investieren. Melde dich heute an und bekomme diese ultimative Anleitung zum erfolgreichen Sparen kostenlos zugeschickt. Wenn ja, dann wird dir mein Online-Kurs Deine erste Aktie kaufen beibringen, wie du dein Geld verwaltest, eine Strategie aufstellst, klug investierst und deine erste Aktie kaufst und vieles mehr. Alles gibt es mit einer Schritt für Schritt Anleitung für alle die, die ihr wahres Vermögen aufbauen möchten. Dieses Kurs ist dynamisch. Das Wissen kann mit einem Spaßfaktor gut aufgenommen werden. Das Geldthema kann sehr viel Spaß machen. Denn es gibt neben den Grundkenntnissen von Finanzen, die verständlich sind, moderne Erkenntnisse über Geldmagnet und Anziehungskraft. Es geht um das richtige Mindset, Regeln der Reichen, Lernen über Inflation, digitale Währung und dem stärksten Instrument des Zinsen-Zinses. Ich habe Tipps für dich, wie du das Risiko minimierst beim Aktienkauf. Am Ende des Kurses wirst du in der Lage sein, deine erste Aktie zu kaufen und Glück zu investieren, damit du deine Rentenlücke führen kannst, finanziell frei wirst und deine bessere Lebensvision leben kannst. In dem Kurs kannst du Fragen stellen und musst du nicht alleine gehen. Du hast 30 Tage Geld-Zurück-Garantie ohne Fragen zu stellen. Also, worauf warten noch? Melde dich jetzt an, werde aktiv, lerne den Umgang mit Geld. Ich freue mich dann darauf, dich dann im Kurs zu sehen. Bis gleich!